Das nächste Bauteil, das wir uns anschauen, ist eine zweischalige Außenwand. Auf der Innenseite mit einem Gipsputz versehen, dann das tragende Mauerwerk, ein Hochlochziegel, die Wärmedämmung aus Mineralwolle, eine Luftschicht, über die wir gleich noch sprechen, der Vollziegel als Vorsatzschale und ein Außenputz, der Kalkzementputz. Bevor wir den Wärmedurchgangswiderstand und den U-Wert berechnen können, müssen wir uns aus einem entsprechenden Tabellenbuch die Wärmeleitfähigkeiten heraussuchen. Bei der Luftschicht handelt es sich um eine Hinterlüftung, die den Sinn hat, eventuell eingedrungene Feuchtigkeit wieder abzuführen. Das heißt, ich habe eine belüftete Luftschicht, nicht ruhend. Insofern weist sie selber keinen Wärmedurchlasswiderstand auf und besitzt auch keine Wärmeleitfähigkeit. Wenn wir diese Materialwerte haben, können wir die entsprechende Tabelle ausfüllen und den Wärmedurchlasswiderstand jeder Schicht bestimmen. So fangen wir Ihnen an. Wir haben den inneren Übergangswiderstand RSI bei horizontalem Wärmestrom 0,13. Dann den Gipsputz mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,014. Den Hochlochziegel mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,438. Die Wärmedämmung mit einem Durchlasswiderstand von 3. Die Luftschicht beweist keinen Wärmedurchlasswiderstand auf und weil es sich um eine Hinterlüftung handelt, weisen auch alle weiteren Schichten keinen Wärmedurchlasswiderstand auf. Für den Fall, dass ich eine belüftete Luftschicht habe, passiert beim äußeren Übergangswiderstand folgendes. Ich kann den äußeren Übergangswiderstand gleich dem Inneren setzen und erhalte so den Wärmedurchgangswiderstand von 3,712 oder als Kehrwert ausgedrückt als U-Wert den gerundeten U-Wert von 0,27 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Direkt nachles perfektedi.